Rückblick, rückblick Ja, mir kommt auch immer das gleiche Rückblick, ne? Also wir können das auch ruhig lassen, wenn ihr wollt Aber willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry Primal Ich hoffe bisher gefällt euch das Nach einer längeren Session ist das wieder jetzt die erste Folge, die ich aufnehme Also es könnte sein, dass ich ein bisschen raus bin, aber ich denke mal, das wird zu keinem Problem führen Dann lass uns mal rein starten direkt So, ich weiß gar nicht, ob ich das die letzte Mal erzählt habe oder letztes Mal oder wie auch immer Aber auf jeden Fall habe ich hier ein bisschen was gemacht Winterkleidung kann ich jetzt anziehen, das heißt, wir können auch in das kalte Gebiet oben Und zwar, das heißt, wir könnten theoretisch War das der Auftrag? Ja, erfordert warme Kleidung, schaltet seltene Nordgeldblätter frei Schaltet gegen ihn frei Das könnte man machen Hier oben ist noch ein Blutzer Mammoyat Hier haben wir noch Karusche Krieger Ja Eins von beiden würde ich bevorzugen, wobei Das Jagen macht an sich auch Bock, ne? Dann gehen wir mal zum Jagen als allererster Komm, scheiß drauf Einfach mal ne Runde jagen am Anfang Ey, Digga, das fängt ja gut Ich bin gerade da Nein, nein, nein Nein, 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 nein Akzeptieren Ey, was ist das für ein Scheiß, Mann Das kannst du jetzt nicht sein, oder? Guck dir den an, ey Guck dir das an Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hau ab Ey Fängt wieder super an, wirklich Fängt super an, ey Meine Herren, ey Mann, ey Zieh mal lieber da vorne, ey Ich muss meinen Kollegen geheilen Er will einfach nicht Er will einfach nicht Er will nicht Jetzt reicht es mir aber auch langsam hier Oh, der Bär Ich muss ihn heilen Sag mal, wann sterben die denn? Alles klar Bär heilen Mann Jetzt wollte ich gerade sagen Ich habe den Auftrag Ich bin gerade da Und Greif mir so ein Nas Man muss nichts sagen Ich glaube, es ist nicht mal alles drauf Aber es reicht für was drauf ist Super, ey Köder mal herstellen Ich weiß gar nicht, wozu der Steinsplitter da ist Aber wir haben ja noch Stachelbomben Tobsuchtbombe Die können wir auch mal Schmeißen Falle Ja, komm Stellen wir mal her Sperrholz Äh Ja, gehen wir zum Fein und Bogen wieder rüber Ach hier, das Rotblatt brauchen wir auch Was ist das Rotblatt? Oben Ah, shit Um unseren Tiger wieder zu holen Aber wenn ich beim Jagdgebiet bin Dann Sag ich wieder Bescheid Und dann blende ich es euch wieder ein So Mit dem Ritt auf meinen Bären Kommen wir der Sache auch mal ein bisschen näher hier Hier sehen wir schon Sind unsere Kollegen Unsere Avenger Brüder Ja Ort entdeckt Steigen wir mal ab Reden mit dem Jägeranführer Reden Mammut Okay, ich muss her gelangen zum Mammut Wo ist mein Bär? Ja, ich gehe einfach mal hin Ist ja gleich schon hier vorne Aber Kollege Bär kommt auch schon nach Bleib mal stehen, mein Freund Hallo, hallo Beruhig dich doch mal Danke Jetzt will ich Zack, zack Und hin Zum Mammut Wo ist denn das? Wahrscheinlich da noch nicht Da ist es doch Und du? Ich lock das Mammut jetzt zu den Jägern Oh oh Kommt der jetzt oder? Riefe 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Er ist einfach hinter mir Ich will mich jetzt nicht umdrehen Das wäre bestimmt geil aussehen Aber Ich lasse es mal eben Lauf, 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 lauf Spring und lauf Spring und lauf Erlege das Mammut Okay, ja, mach jetzt hier ernst Ich sitze mal ab Ich will meinen Bären nicht schon wieder verlieren Deswegen will ich erstmal rot runter Der soll das Ficht angreifen Wir gehen das nochmal So Das geht bestimmt nur auf mich Das Mammut, ne? Kann das sein? Dann muss ich mal schnell hier irgendwo hoch Ich kann hier hoch, helfe, helfe, helfe Lass mich doch hoch Och man ey Das ist immer so anstrengend Komm, Feuer Auch das Spiel Oh, was Das ist einfach zu mächtig Wo ist mein Rot und ist schon Der hat schon gelitten Aber immer schon mal Feuer Immer Feuer Immer Feuer Nächstes Tier Ist der Wolf Let's go Da Rauch Rauch, rauch, rauch Ey, ey Nein, 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 nein Hallo Rauch da Ja, alle einfach direkt hoch Feuer Ich muss jetzt die ganze Zeit mit Feuer arbeiten Feuer 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 Vielleicht nochmal ein Speer werfen Zack Oh, leicht war's Das war's leicht Wo saß ich mit meinen Kollegen los? Die machen nichts Die machen einfach nichts Feuer 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 Feuer, Feuer Alter Oh, das war nicht gut Das war nicht gut Das war nicht gut Wie komme ich denn da hoch zu meinen Kollegen, ey Wie komme ich denn da hoch? Ja, klar Ich werde gleich wieder gegen geschleidert hier Ich will da hoch Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch Ja, es geht doch Es geht doch So, anzünden Zack Also die Tiere bringen ja echt nichts gegen das Mammut Aber ist ja auch irgendwo klar, ne Was ist denn? Zack Wie schützt du brauch er? Er lege das Mammut Ich mach's doch Was soll ich denn noch machen hier? Mehr kann die machen Aber einmal chillt das wieder Ganz komisch Ich werde sagen, Speer rauf Speer Letzter Speer Ich kann auch keinen mehr herstellen Zieht das davon, oder was? Komm doch wieder her Fehlen dazu Ach, es braucht Tierfett dafür Um das alles anzusünden Komm Bumm 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 Ich hab gleich alles verballert, was ich hab einfach Bumm 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 Dafür sind meine ganzen Tiere, aber Naja gut, ein Wolf ist jetzt nicht der stärkste Auch der Rothund war jetzt nicht der stärkste Aber wenigstens ist mein Bär nicht davon gegangen So Was soll ich jetzt mit dem Mammut machen? Nichts, oder was? Mammut holten Fleischblut Ja, Tierfett ist da Nice Nice, nice, nice Äh, okay Das war, das war der Auftrag Nee Hä Was ist das jetzt? Ach, das ist einfach nur so ein Naja Unnötig Ja gut, dann gehen wir mal zurück ins Dorf Und dann sehen wir uns vor Ort Oh nein, ich hab grad entdeckt, dass wir diesen Anführer von den U-Dumps Den wir das letzte Mal getötet haben Dass der anscheinend einen Auftrag für uns hat Wahrscheinlich will er uns zeigen, wie man Diese eine Bombe da macht, oder was? Interessante Wer? U-Dam Sanchita Kwardah Kwardah U-Dam Palhu Winja Hugwana Mah Mash Damsham U-Dam Gwardbarda Dah Damas Krau Hadandav Winja Bardah Subway Man, man, man. Haben die die im Wald gebracht, um ihn umzubringen oder was? Ja super. der hätte uns was bringen können aber anscheinend müssen wir hier auch alles verbessern um neue aufträge zu bekommen aber wenn wir noch ein paar auf der karte so ist es ja nicht machen wir mal den dann einfach da ist auch gleich schnell schnell reise und dann gehen wir zu ihm hin am besten direkt wir sind da wenn wir kommen die venture wollen da töten retten wie retten masker ruhe warum was ist los große da einfach Ok, reden. Alles klar. Halt das Steine, blockiere Wasser, Lex. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Ich springe mal einfach rein. Ich muss ja irgendwas machen können bei mir. Platzieren. Platzieren. Ja, Fische sind auch drin. Sauber. Geil. Geil, wirklich. Ich bin so tot. Was soll ich hier machen jetzt? Ich bin am Arsch. Ich kann mich im Wasser nicht mal heilen, oder was? Runter, 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 runter. Platzieren. Oh Mann, wenn ich die auf der Karte sehe, habe ich schon Bock auf diesen Fisch, ey. Ich weiß nicht mehr, wie man hier rauskommt. Aber wir tauchen auch nochmal runter her. Hau ab, hau ab, du scheiß Viech, Mann. Hau einfach ab. Und der letzte. Der letzte. Der nervt unnormal, heftig. Wie komme ich denn da hin? Das ist doch weiter oben, oder nicht? Ah, ne, geht doch, geht doch, geht doch. Dieser Drecksfisch, Alter. So, zack. Und wie komme ich da jetzt wieder hoch? Einmal kann er mir nur angreifen. Denkste. Guck ich dir an, ich glaube, das ist ein seltener. In der Luft heulten. Beißfisch. Beißfisch heulten. Boah, die sind aber echt heftig aus, ne? Sprich mit da. Bitte jetzt, gehe nicht unter, mein Freund. Hoch, 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 hoch. Also, Junge. So, wie komme ich da jetzt hin? Da vielleicht? Ich habe auch gesehen, gerade da kann ich mir auch... Ja, okay, drei Farben. Komm, Bro. Obwohl das ein U-Damm ist. Fiecht ihn euch an. So, wie kann ich das? So, wie kann ich das? Was ist das? Wo ist das? Winn-Jai, da Baram. So, wie kann ich das Winn-Jai? Da ist Quatti-Balhasa. Da, Mari, Quaida-Schwadam-Mari. So, wie kann ich das Winn-Jai? Was für ein Herz Wir haben wieder zurück geholt ohne dass sie ihn freilassen ohne das mehr abzusprechen aber haben sie halt gemacht ne Fähigkeiten was machen ich würde gern mehr leben haben was sind das hier kampf fähigkeiten Ziele und wirf deine Köln in die Sperre während du deine Leiche bewegst das ist nicht so wichtig Effekt von Nahrungszentmen ist auch nicht wichtig sparen wir auf Ja dann können wir eigentlich schon direkt in die nächste Mission machen oder zurück zum Dorf Nächste Mission gibt es gar nicht doch muss da ganz hoch latschen auf jeden fall Machen wir da gehen wir zur Sammlerin latschen wir eben hin Und wir sehen uns dann vor ort wie immer So ich habe mich dann doch um entschieden und zwar zu Karus den Krieger zu gehen weil ich hier noch zwei Außenposten und Lagerfeier eingenommen habe und da war das wohl näher dran aber ich denke mal das ist jetzt nicht so schlimm Und dann zertrampeln das hört sich auch nett an Ich finde das Mammut Ich finde das Mammut Ah da muss ich das Mammut reiten jetzt So dann nehmen wir mal erstmal unseren Kollegen hier und reiten dann dahin zum Mammut Auf geht's mein Friend Hello mein Friend Hello mein Friend Das nennen wir auch mild weil dieses Rotblatt brauchen wir um unsere Bestien wieder zu erleben wenn sie mal gestorben sind Das ist das Problem so wir finden erstmal das Mammut jetzt hier im gelben Bereich Oh nein weg 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 das war ein bisschen zu Selbstsicher Ja da oben Du machst erstmal weg du musst erstmal weg da ist er Oh das war ein fieser Schuss Verwirr Du weg Oh diese Stachelbomben Stinkebomben Was 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 Mein Viech ist einfach tot Ganz ehrlich was ihr könnt Kann ich auch ihre Stachelbombe Viel Spaß mit den Bienen Zach Viel Spaß Gein ne wenn man so spielt richtig geil ne und der da oben ist immer noch da ich muss meine bestie wieder belegen mann die ist ganz wichtig oh digga warum ist der so dumm alter das ist doch hier echt ne kacke mann leute ihr nervt auch noch mal hier headshot wo ist der andere guck wie angst er hat so alter und du da oben meine herren ey so wo ist mein kleiner tiger komm mal her mein süßen komm mal her komm mal her erstmal heimwürdig ne zum mammut gehen wir sofort kurz die jungs durchsuchen hier haben die was dabei fleisch ist wichtig und richtig hier durchsuchen muss immer die animation kommen voll suchen voll suchen voll bestimmt rotblatt richtig und richtig da zack und den letzten noch mal her so dann gehen wir mal zum mammut reiten zack zack so jetzt gehts richtig los so weit ist noch einer bestie let's go noch ein bäume zerstören alles sowieso alles zerstören jalla zack 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 guter nach guter nach alle overpower und so wie er fliegt alter ich glaube es wird aber trotzdem wenn das tausende sind alter was macht der mit dem ich mach nicht mal was der macht das mal alleine er knallt erstmal alles kaputt hier ist ja unsere aufgabe einfach auf dem mammut ok zack zack und jetzt habe ich gemacht reiters mammut zu seiner herde let's go den wir noch mal mit hin hey geh doch guckt euch die leute an ja komm ab zur herde jo he einfach feinde warum sind die mammuts gegen mich steige vom mammut ab ich steige ab u 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 war u u u Was ist? Achso, da kann man, achso, den kann man jetzt auch verbessern. Da haben wir einen Auftrag. Ja, das ist halt, ich hab's auch ein bisschen gecheckt. Lieber spielt als nie, aber man muss halt die Häuser so gesehen verbessern von denen, um neue Aufträge zu bekommen. Jetzt weiß ich, bei ihr müssen wir jetzt auch verbessern, um neue Aufträge zu bekommen. Das geht aber noch nicht, müssen wir jetzt noch sammeln. Aber vielleicht hat unser anderer Kollege noch was zu erzählen. Wie heißt der denn nochmal? Also hier braucht man auch noch einiges, ja. Da ist er. Wer ist das überhaupt? Das ist ein ganz anderer Typ. Karush. Schau mal, guck ihn mal an. Er kann so nah am Feuer einfach. Mit dem Fuß kann er rein. Auge um Auge, haben wir die Mission auch schon mal mitgenommen. Aber bei dem, warum steht denn da jetzt, dass das eine Mission ist? Ach, die Mission ist wahrscheinlich dann, die Aufbesserung seiner, seiner Bude, ne. Ich geh mal eben nochmal gucken. Äh, hier Slide canceln. Gibt's hier auch. Ja, ja, okay. Dann muss ich das mal, äh, demnächst als erstes angreifen. Ja, okay. Aber ich würde sagen, das war es erstmal für diese Folge. Ich hoffe, das Format bzw. das Let's Play gefällt euch immer noch. Oder gefällt noch einigen und einige sind noch dran geblieben. Von daher, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Das Let's Play kommt eigentlich, wenn nix dazwischen kommt, immer so zwischen, also auf jeden Fall zwischen Montag bis Freitag. Immer um 16 Uhr. Außer wenn ich jetzt mal wirklich keine Zeit hab. Ist halt immer eng mit allem bei mir. Ansonsten, schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.